Ich bin nicht sicher, aber ich würde sagen 24. Ja, das hätte ich gerne vorher gegoogelt. Ich glaube so 24 oder so. 24. 24. 24? 24. Ich verstehe die Sprache. Und dann gibt es viele Sprachen, die in jedem Land stehen können. Weil ich jetzt einfach mal gedacht habe, ja EU 27 und dann Deutschland und Schweiz, ah nee nicht Schweiz, oh Gott, und Österreich haben ja eine Sprache, aber Irland hat ja sozusagen eine Sprache mehr. Deswegen würde ich sagen vielleicht 24. Das ist sicherlich für die Sprache wie immer ein Tag der Sprache. Das ist die Sprache woher ein Tag der Sprache, eine联zeichnende Sprache, aber ich würde nicht mehr die Sprache mit einem Tag der Sprache auf Westerbarn oder einem Tag der Sprache haben, sondern es würde nicht nur alle Sprache mit einem Tag der Sprache auf Westerbarn oder einen Tag der Sprache abnehmen. Ich würde gerne auch in jedem Tag, Rechande.